Willkommen bei der Gärtner, bei Janos Moratti, bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weiter gilt und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weiter gilt. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und schaut auf meine Homepage vorbei, bei meinem Merch und schaut auf den YouTube-Kanal vorbei, das ist ein Kollege von mir. Lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo dalassen. Schaut bei ihm vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Und hier haben wir das Hochbeet. Da ist gar nichts mehr drin. Da haben wir die Mandarine, die trägt Flüssig, Früchte, Orangenbarm, Mischt-Zitrone, Pfirsich, Oliven, da haben wir zwei Stück. Ihr habt Balkonblume, Erdbeeren, Granatapfel, Blüte, Maroni, Apfel, Kiwi, so Kohlrabi und Sellerie, so. Wein, Stiefmittelchen, Zitronenmelisse, ähm, so, keine Ahnung, da haben wir Granatapfelbaum mit acht Früchten. Der wird schon langsam reif, der platzt schon auf, da haben wir ein Mini-Format, der hat da ein, eine Blüte und eine Frucht. So, hier haben wir Datteln, Mandel, Marille, so. Und hier haben wir die Tomaten noch, schaut ganz gut aus. Und hier haben wir die Chilis und Paprika und die Fisalis, die vermehrt man durchs Steckchen, ne? Ja. Schaut ganz gut aus. Und die Kiwi. Schaut der Granatapfel nicht geil aus. Acht Stück. Zwar, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Acht. Da ist er. So. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanal-Info, schaut's bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eure Freunde, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter und schaut's auf meine Homepage vorbei, schaut's bei mein Merch-Shop vorbei und schaut's bei meinem YouTube, der YouTube-Kanal vorbei. Das ist ein Kollege von mir, lasst's bei ihm ein Like da und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.